Scheint irgendwie so. So, ich bin mal gespannt, was die gleich sagen. Ob die Frieden wollen oder nicht. Wäre besser für die, ne? Eroberungssystem. Ich banspruch diesen Ort für mich. Glückwunsch, du hast deine Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen und ihr System erobert. So. Rabenvater, verliere fünf Planeten. Tja. So ist das halt, ne? Ich hab die erobert und dann den Planeten irgendwie doch kaputt gemacht, ne? Eintreffende nachher von Demetrius reich und noch irgendwas anderes gerade eben. Die Demetrius, die wollen bestimmt so ein Bigamani haben. Könnte ich ja fast mit wetten. Kommen wir von was für ne Summe die wollen. Ich stehe da nämlich nicht so drauf, den noch länger irgendwie Geld in die Puppe zu blasen. Nein, kein Baum. Kein Baum. Baum bleibt schön irgendwo da hinten. Alter. Aber gut, dass ich hier gerade so viel Geld aufsammle. Das find ich ja super. Da überlege ich mir das ja schon fast, äh, sag ich mal, ob ich die nicht doch bezahle, damit die mich einfach in Ruhe lassen. Alter, wie viel denn noch? Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich verstriesel mich erstmal. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. So, guck mal, da müssen wir auf jeden Fall mal, irgendwann mal vorbeischauen. Na, da müssen wir hin. Scheiße, wie komm ich da denn hin? Verbindung. Das ist doch fast genauso weit weg. Da, und hinter. Schnell. Die werden hier schnell erobert, sehe ich gerade, von wieder von den Entulons. Boah, mein Gott, ey. Die lernt's aber auch echt nie, oder? Ey, bei mir gibt's hier keiner auf. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe schon, dass sie's verstanden haben. Leider muss ich später nicht fliegen, wenn ich's jetzt einsammle. Machen ja gerade nicht so viel Beef. So, wo seid ihr? Da seid ihr. Oh, letzte Schindlein hat geschlagen. So, wo ist das da? Geil. Meins. So wenig. Oh, Moment, ich muss erstmal noch die anderen Feinde erledigen. Wo seid denn ihr? Da hinten, da unten. Boah, da unten in der Base. Null pro Stunde, das ist super. Scheiße. Wenn er meinen Kollegen kaputt macht, bin ich irgendwie angesagt. Ey, wieso? Na toll. Frieden. Wie viel Frieden, ey. Handel. Guck mal, ihr habt zwar überhaupt nichts, aber wollt mir immer trotzdem immer wieder zu verkaufen. Höht die Gesundheitskapazität deines Raumschiffes. Hab ich das nicht vorhin schon gekauft? Mir war doch so, als ob ich hätte ich das vorhin schon mal gekauft. Hm, komisch. Ach, ist schon wieder irgendwas gedroppt? Hier, dieser. Was ist hier? Nein. Tut mir leid, dass ich sie sterben lassen muss. Tut mir leid. So. Was ist jetzt? Wer hat nach mir gerufen? Ihr. Ja, hier, nehmt. Ihr seid voll die Fische, ey. Guck mal, ihr... Boah, die nehme ich voll aus, eigentlich. Merkt ihr das eigentlich? Du hast den Tributzahlungen verweigert. Ja, keine Ahnung. Eigentlich verweigere ich hier gar nichts. Ich will auch Forderungen hier von euch. Guck mal. Wie wär's mit... Weiß ich nicht. Nein. Vergesst es. Von euch brauche ich nix. Ich muss zurück zu meinem Planeten. Achso. Nee. Ich muss nochmal zu... Dings zurück. Scheiße, wo war das nochmal? Da hinten. So. Was habt ihr euch hier irgendwie wieder eingenistet? Triglodi-reich? Ja, ob das eine gute Entscheidung ist, dass ihr hier eine Base aufbauen wollt, ich weiß auch nicht. Also ich mag zwar gerade alleine sein, ohne meinen Kumpan, aber... Ihr würdet jetzt trotzdem voll easy peasy kapieren einfach. So sieht's aus, nämlich. Bam, bam. Oberungssystem. Zack. Ich beanspruche diesen Ort für mich. Das ist mein Ort. Glückwunsch, Schussfeinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen. Tja. So ist das, ne? Ah, und denen geht's hier gerade irgendwie kacke. Die machen hier irgendwie auch Erträge. Hm. Denen fehlt einfach ein bisschen Unterhaltung, glaube ich. Und da. Den müsste es jetzt eigentlich hier richtig pudelgut gehen. Tut's auch, glaube ich. So. Das nehm ich an mich. Und das nehm ich auch an mich. Und verpiesel mich jetzt hier. Was gehört jetzt hier zu? Mein Reich. Äh. Pupi-du-pida. Alter. Ihr habt euch hier auch schon wieder eingenistet. Oh. Muss ich euch denn jetzt irgendwie aus jedem Universum hier rausfrügeln? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht, ey. Dann ist das hier bald. Geht halt auch mein Reich. Naja, was würden wir machen, ne? So. Die hab ich schon mal kaputt gemacht. Dann gehen wir zu den anderen hin. Ich frag mich, wie lange die noch Beef mit mir haben wollen. Langsam sollten die verstehen, dass ich der Bessere bin. Ich beanspruche diesen Ort für mich. Zack. Glückwunsch. Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezogen. Und ihr System erobert. Tada. Antimaterie-Bombe. Extreme Gesundheit. Ich hab 20 Planeten erobert Bei uns läuft Und was bin ich jetzt für einer? Glückwunsch, du hast dir den Titel Legende verdient Okay Warte mal eben Die sehen hier eigentlich halbwegs zufrieden aus So Terrascodes niedrig für mehrdings Ihr seid doch aber halbwegs irgendwie zufrieden, oder? So Pifa Po Ja, so mittelmäßig So, das ist Was ist das? Na, ich nehm beides aber mal an mich Oh Du hast Buch des Zufalls gefunden Geil Glückwunsch, du konntest hier auf Altbeekbergs Und wegen unserer Reichweite entwachsen Und geil werden Buch des Zufalls Aha, Moment Wo waren jetzt eigentlich diese anderen Sachen, die ich hier gesehen hab? Guck mal, Wurmloch ist hier ja richtig übel teuer Auf allem planieren wir den Planeten platzieren Um das zu machen, Alliierten Reparatur Repariert alle von mir Nein, dann Was, wenn ich so ein Ding hole? So ein Einmal-Jus-Ding, ne? Ja So, irgendwas verbiegt sich die ganze Zeit hier auf dem Planeten Schauen wir mal bei dem vorbei Was es hier denn so gibt Was will uns das Spiel sagen? Was hat es hier gefunden? So wichtig ist Keine Ahnung Und zwar Himmel-Grünator Fährt die Atmosphäre des Planeten grün Geil Guck mal, kann ich hier vorbeifliegen und mir was abholen Immer Gesammeltes Gewürz Für mich sind hier doch alle jetzt positiv gesinnt, oder? Eigentlich schon Alle roten Verbindungen sind meine Planeten Ja Monoplanets So Ich kann jetzt, glaube ich, einfach Untersuchlebensformen auf Raya Scheiße, das habe ich schon wieder vergessen Was? Das wollte ich doch auch noch machen So Dann machen wir das jetzt halt einfach Wenn ich ständig vergesse, das zu untersuchen Dann machen wir das aber jetzt Scan Hm So Müssen wir mal gucken Ich scanne einfach mal überall gerade durch, was ich hier sehe Dann sollte es nicht lange dauern, bis ich, äh, naja Mein komplettes Ziel hier erfüllt habe auf dem Planeten Und weitestgehend hier alles erforscht habe Aber wenn ich hier gucke Von den Kreaturen her habe ich schon ziemlich viel eigentlich Ich glaube, das sind diese komischen Punkte Die ich kenne jetzt Hm Scheiße, was ist das denn? Das muss ich doch einsammeln So, Moment Wo war das jetzt hier? Da Der Scanner Die kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Right Und diese Bäume hier kenne ich noch nicht Diese Pischchen, die habe ich doch auch gerade schon gescannt So, was ist also das, was mir jetzt fehlt noch? Hm Die? Putze Pflanze Nee Scheiße Was könnte ich denn für eine mittlere Pflanze vercheckt haben? Oh, jetzt habe ich sie auch Auf jeden Fall Hm Ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Fleischfresser gefunden Die vielleicht? Das ist eine Pflanzenfresser gewesen Na, egal, gut so So, eigentlich nur noch Kreaturen scannen Dann wäre es das eigentlich Sü, aber ich muss gerade erstmal gucken hier Welche Kreaturen mir dann hier noch fehlt Mir fehlt ja keine Großartig sonderbare Kreatur mehr Nur die Frage ist Ja, wo finde ich die denn jetzt? Und welche habe ich hier nicht gescannt? Das ist die Frage Die habe ich gescannt Da bin ich mir auch schon sicher Die habe ich aber eigentlich auch gescannt, ne? Hm Was fehlen mir jetzt noch? Pflanzenfresser oder was für Teile? Na toll Ich bin schon wieder welche angegriffen bei mir Ich komme hier einfach nicht dazu fertig zu werden Aber warte mal, Moment Doch Wir sind fast fertig Was fehlen mir denn jetzt hier noch? Pflanzenfresser, ne? Nicht gescannt Na, ich komme gleich, Leute Was ist mit denen? Bereits gescannt Bereits gescannt, oder? Nein Eine einzige Art noch Fehlt mir Die habe ich gescannt Moment Welche Art habe ich hier womöglich noch nicht gescannt? Die schon Die auch Sehen eh alle gleich aus Hm Oh, warte mal Was ist denn das für welche? Habe ich die auch schon? Nein Irgendwas fehlt mir auf jeden Fall noch Scheiße Wo? Was? Wie? Die fehlt mir, glaube ich Hä? Die habe ich auch schon? Jetzt wird es aber langsam richtig ärgerlich Guck mal, selbst die, die sich im Wald verstecken, die habe ich alle Hä? Was habe ich denn für eine Art noch nicht gescannt? Was für eine Art habe ich noch nicht gescannt? Habe ich? Fuck ey Das ist ja jetzt mal richtig unfair Ich weiß nämlich echt nicht, welche Kreatur ich noch scannen muss Hm Wohl kaum irgendwelche im Wasser Ich muss hier erstmal abhauen Habe hier zwar fast alles fertig gescannt Aber irgendwie Ich finde das letzte gerade nicht Und zum anderen Weiß ich nicht Äh Wird meine Base angegriffen Was mich nicht so stark erfreut Muss ich es wirklich zugeben Jo Ich komme Jetzt komme ich zumindest Ich bin da Ja und Niesen kommt gleich wahrscheinlich auch noch sogar noch bei mir als Bonus dazu Aber Moment Da sind sie ja schon Ich dachte hier würden mehrere Schiffe kommen Aber das ist ja wohl echt lächerlich Was wollt ihr gegen mich denn ausrichten? Guck mal, ich habe so viel Gesundheit Mir kann das alles scheißegal sein, was ihr macht La 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 Boom, kaputt Ach ja Oh geil, dass du das so geil verkaufen möchtest Oder kaufen möchtest, ehrlich gesagt Finde ich super Ja Ja, okay Das kann ich ja an mich nehmen Was noch? Ach, da liegt ja noch mehr Stuff jetzt rum Oh, wunderbar Gucken wir mal Ding, ding und dong So Und jetzt verpisse ich mich wieder hier So, dann kann ich mir erstmal bei meinen Heimatplaneten erstmal einen Jubel holen Weil ich es geschafft habe hier Ihr wisst schon was zu machen Diese Leute dazu beobern So, gucken wir mal Boah, Mann, ey Ach, krank sein ist echt miese Sache Du hast dir diese heikle Aufgabe unbeirrbar ausgeführt Dafür ziehen wir dir den Hut vor dir 20.000 Spot oder das Aha Das ist irgendwie wenig Ähm Also Aufladen Handel So Megapuls Irgendwie schockt mich das nicht, das zu holen Aber ich glaube, ich muss Diese anderen Waffen-Upgrades holen Damit ich mir mehr holen kann, oder? Wann kann ich mir die Megabombe ein? Eine mächtige Bombe, die viele Fahrzeuge und Gebäude zerstören kann Dafür brauche ich Kriegstreiber 3 oder Kolonist 4 Planeten Klatscher Vorsitzende Plakette Eroberer 5 oder Kolonist 5 Das stört einen ganzen Planeten und ist deshalb überall gefürchtet Badabum Ja Ist halt schon Eine interessante Sache auf jeden Fall Du musst uns helfen, damit unser Reich noch ein bisschen wächst Sicher haben Erzähl mir mehr darüber, das ist faszinierend Also Nichts wie los Großartig Ich möchte hier einfach noch was sagen So, was soll ich genau machen? Kolonisiere zwei weitere Sternsysteme Setze deine Kolonie unfassbar Okay, kein Problem Absolut kein Problem Hey, mögen die mich jetzt auf einmal? Und wenn, warum? Wieso? Hm Komisch Hassentum nehme ich auf jeden Fall nicht mehr So Megapoles brauche ich nicht Guck mal, wenn, dann hole ich mir die Sachen bei denen auf jeden Fall Erhöht die Gesundheitskapazität dann ins Raumschiff Sechstausend habe ich jetzt da stehen Alter Verwalter Warte mal Wie viel wolltet ihr nochmal geben? Geht eigentlich Ist eigentlich noch in Ordnung Ja, das Damit Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen So Handel ist glaube ich Was jetzt Was Positives ist Ja Ähm Was kommt da denn eigentlich für eine Nachricht her? Wer denn vor Ort Neu Ich sende mir so eine Nachricht Komisch Ist doch alles in Ordnung, oder nicht? Kolonisieren Muss auf einem Planeten sein Ach, mir fällt das schon ein Wo ich hier alles in meine Kolonie aufbauen kann